Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Skysolated mit mir, dem Kinsey und dem Nuturka aufs Brot, der hier als Wolfram steht. Ja, aber das bitte ich. Ja, was ist das? Ja, genau. Gut, dass du das schreibst. Wir wollten letzte Folge nämlich Endermänner umhauen. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich eine Ender-Lily anbaue. Ja, habe ich auch schon versucht, aber... Geht nicht, oder was? Ich habe es nicht herausgefunden, wo. Wo man die anbaut, oder wie? Ja, ich glaube, ich habe es auf Dirt probiert und auf Wasser. Weil Lily ist ja eigentlich... Wo sind meine Ender-Lilys oder hast du die genommen? Die sind, glaube ich, unten bei Samen, wo mich nicht alles täuscht. Oder in der Technikkiste, weil ich keinen Bock habe, zu einsatz zu sortieren. Kann auch sein. Ah, du bist genauso organisiert wie ich. Finde ich gut. Pepe, 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 pepe. Ach ja, genau. Ich brauche Kohle, 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 Kohle. Ah, nee. Da ist nichts. Zwei Kohle. Juhu. Oder habe ich sie noch dabei? Magie. Ah, nee, ich habe sie noch im Inventar. Magie. Ich habe sie im Inventar. Alle Ender-Lilys? Fünf. Fünf? Ich hatte auch fünf. Ah, die sind nämlich unten in der Kiste. Ich war auch so klug und habe sie unten in die Kiste gepackt. Dann lass uns doch zusammen probieren, wie wir sie anbauen. Okay. Mach du. Weil da kommt doch bestimmt auch irgendwie irgendwo irgendwas raus. Irgendwie, irgendwann, bestimmt. Ja. Ich versuch's mal grad auf Mythenium. Verdammt. Nee. Kein Sulfur rauskommt. Verdammt, kein Sulfur rauskommt. Dann nehme ich mal eine Karotte weg. Ah, hier, ganz einfach. Auf, ähm, Dingsboden. Ach, ganz normalen Boden. Auf Acker. Auf Acker. Tipptopp. Okay, dann... Ich gieße. Ja. Aber da kommt doch bestimmt... Nix... Oh, meinst du echt, da kommen Enderperlen raus? Vielleicht. Wer weiß. Sie heißen Ender. Aber sie wachsen extrem langsam. Ich geh mal in den Nether. Ich brauch noch einen Netherrack. Oder hast du noch? Nee, ne? Ähm, ich... Nee. Ich geh mal in den Nether. Ich nehm mal eine Reihe Karotten. Eigentlich sollte ja alles safe sein. Eigentlich. Ja, sinnvoller wär jetzt gewesen, hätte ich die so angebaut. Ich mach ein neues Feld dafür, ganz einfach. Die Frage ist nur, kann ich die jetzt noch abbauen? Ja, ich versuch's einfach mal. Ja, kann ich. Sehr gut. Ein neues Feld. Ein neues Feld, ein neues Feld. Wo mach ich das hin? Cobblestone hab ich noch. Hier hinter. Mir geht jedes Mal der Schweiß aus, wenn ich diese... ...verfluchten Mistviecher höre. Die Mannwärtschweine. Nee, die Gasts... Gasts... Die sind echt schon... Die sind echt schon ziemlich scary, find ich. So, guck mal, wie jetzt Sulfur rauskommt. Verdammt, natürlich nicht. Aber... Wollt ihr das Original haben? Ja, auf jeden Fall. Du hörst dich an wie ne Katze. Wie notchst du das Katze? Wie notchst du das Katze, genau. Eins, zwei, drei. Ich möchte sieben haben. Die magische Zahl. Vier. Aber ich könnte eigentlich auch im Nether dann nach suchen gehen. Ich geh im Nether dann nach suchen. Sechs. Nach so ne Fuuuäh. Acht. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wie willst du das denn machen? Ja, ich geh da hin. Willst du fliegen oder was? Ja, ja, ich hab mir ne Flight Potion mitgeholt. Wie oft kannst du die benutzen? Achtmal. Sehr gut. Kannst du also acht Minuten fliegen? Ja. Bisschen Angst hab ich. Ja, ich auch. Äh, glaub ich gern. Oh, komm, ich futter noch hier. Eins, zwei, drei, vier. Warum? Ich kann da ranlaufen. Mensch, gehen sie da auf. Die haben uns Sorgen zu machen. Ich weiß nicht wieso. So, okay. Eins, zwei, drei, vier, sechs, fünf, sechs. Sieben. Und ein für die Umrandung. Und auf geht's. Was haben wir hier? Nether Ember Ore. Nether Rute Tile Ore. Keine Ahnung, was das alles ist. Doch, perfekt. Aber jetzt. Harvest Level Minulium, willst du mich veräppeln? Min-mini-wa? Minulium. Hier ist Sulfurore, aber dafür brauch ich auch Minulium. Min-mini-mini. Das ist eine unendliche Quelle? Nein, natürlich nicht. Lass mal Wasser hin. Da. Hm. Hm, das nehmen wir aber mit. Dem, 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 dem. Einzige, was ich mitbringen kann, um Sulfurore zu bekommen. Nein, das mache ich anders. Schon wie das jetzt in die Hose gerutscht. Ja. Kenne ich. Ach, dann gibt es auch, dann gibt es einen Dreifelder großen Fahrstuhl, das finde ich gut. Weißt du eigentlich das, ähm, interessante Info? Ah, ja, das war knapp. Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich muss mich auf den Sprung konzentrieren, so. Ähm, das wollte ich sagen. Genau, wenn ich Nether Rake abbaue, dann besteht die Chance, dass einer von diesen Hellfischen spawnt. Haha, nee. Ja, es macht sehr viel Spaß, das Ganze abzubauen. Ja, viel Spaß. Ja, ich bin schon wieder zurück. Okay. So, denn mehr brauche ich denn nicht, daran kann ich anbauen. Gut. Ich dachte gerade, ich fall runter, deswegen ging meine Stimme ein wenig hoch. Yeah, ich habe gerade mal 16 Redstone gemacht. Wow, ich bin begeistert. Heißt du, wie das geht? Nein. Im Nether gibt es sogenanntes Nether Redstone Ore. Ah. Und, ups, ups. Da kommen halt 16 Nether Ore raus, wenn du die in den Pulverizer machst. Also die sind um einiges ergiebiger. Aber, ich will nicht in den Nether. Ey, momentan geht's. Also der Eingangsbereich ist relativ safe. Ah. Also es ist echt nicht so schlimm, momentan. Okay. Das finde ich gut. Gut, den halt erstmal sicher zu bekommen, war jetzt auch nicht so witzig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich muss in die Mitte. Ich bin in der Mitte. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Alter, warum bin ich so langsam? Hast du Hunger? Nö. Aber ich habe irgendwie so die Vermutung, dass der Server heute sehr instabil läuft und deswegen auch so viele Lacks hat. Ja. Das auf jeden Fall, weil ich setze ständig Doppelblöcke hier. Ich gebe mir gerade voll viel Mühe mit dem Enderfliegel. Es kommt hier gar kein Sulfur raus, ey. Na, toll. So, und die Mitte ist, glaube ich, hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da ist die Mitte. Müsste. So, Wasser rein. Es kommt wirklich bei dem ganzen Mist hier kein einziges Sulfur raus, ne? Oh, eins, okay. Das Wasser muss da rein. Ein Sulfur. Alles klar. Hui. Habe ich Erde dabei? Nope. Komm weg. Das ist noch Kabel. Wir haben jetzt schon 20 Netherbricks, das können wir auch was Schönes bauen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das in meinem Plexus-Pack aussieht. Hm. Was wollte ich? Ich brauche Erde. Also bei mir sieht es einfach aus wie relativ weiße... ähm... ...Lehmziegel. Weiß. Bei mir sind die sonst immer sehr dunkel gewesen. Was? Lehmziegel? Nein, ähm... ähm... Netherbricks. Okay. Hm. Okay, ich muss mich berichtigen. Es kamen keine 16 Redstone raus, sondern 24. Ha, 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 fett. Weil er hat 8 Stück direkt in die Kiste geleitet. Warum? F7. Ah, ja, jetzt geht's. Bevor das nachwirkliche aber mal... ... bisschen was ändern. 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 Haha, ich mache nämlich das Ender-Lily-Feld. Hahaha. Yeah, wir haben 50 Redstone gerade. Sehr cool. Das ist sehr gut, ja. Das ist sehr gut. Hast du noch eine Ho? Hm, nope. Haben wir irgendwo eine Ho? Äh, glaub nicht. Oh, dann mache ich eine Ho. Ho, ho, ho. Ähm, gibst du mir deine Ender-Lily-Feld gleich, wenn ich hier fertig bin? Ja, weißt du denn jetzt, was rauskommt? Nö, ich wollte gleich ein Feld machen. Und wenn das dann scheiße ist, dann mache ich was anderes auf das Feld. Dann, äh, wo bist denn du? Ah, da. Auf dem neuen Feld. Hier, schmeißt die hier hin. Nebens. 1, 2, 3, 4, 5. Vergesst nichts aufzuheben. Liegt da. Ich gehe ein paar Monster schlachten. Äh, da hinten auf deine, auf, auf deinem rechten Ei ist ein Enderman gespawnt. Also, watch out. Oh. Aber ich habe es doch ausgeleuchtet. Ah, da ist vielleicht noch ein Fleck, der nicht ausgeleuchtet ist. Hier auf dem neuen Feld kann auch gerade was spawnen. Spawn. Oh. Alles gut. Hast du kaputt gemacht? Ja. Das war nicht so, wie ich unbedingt wollte, aber ist kaputt. Gut. Oh. Ein Skelett hat einen Enderman getötet. Hast du eine Platte bekommen? Äh, ein, ein, ein Creeper, ja. Ist auch gut. Schade, dass uns die Platte nichts bringt. Was bringt sie denn, wenn sie einen Pulverizer macht? Keine Ahnung. Warum? Ja, geil. Da schießen sich zwei Skelette ab. Idioten. Die, äh, Map ist übrigens gerade ziemlich von Monstern überlaufen. Also, pass auf dich auf. Hinter dir kommt ein Zombie. Hinter dir ist ein Zombie. Ich laufe weg. Hast du kein Schwert? Ich habe dir doch ein Schwert gegeben. Ja, nicht in der Leiste gerade. Clever. Ich dachte gerade, das zischt hinter mir, aber dabei war es nur, ähm, knisterndes Feuers. So, ich habe ein paar Fackeln. Warum? Also, ich verstehe nicht. Warum spawnt hier jetzt kein Enderman? Ach, wir waren nicht mehr schlafen, seitdem ich die, das Ei fertig gemacht habe. Deswegen kommt mir das so suspekt vor. Na, komm schon Enderman. Ja, dann lass uns lieber schlafen gehen, oder? Ja, wir brauchen noch... Das ist gerade echt gefährlich. Da ist ein End... Ne, was ist denn das? Keine Ahnung. Aber das kommt uns ja zugute. Ich meine, solange wir da hinten nicht hingehen. Wir können ja auch einfach hier warten. Ich mache mir eine Hoh. Hoh, Hoh, Hoh. Habe ich Holz? Hast du die Lillies... Hast du die mal gegossen, bis die gewachsen sind? Ich höre einen Zombie und ich sehe... Ne, ähm, ich brauche ja erst eine Hoh. Ah, okay. Ah, hier sind Zombies. Aber das läuft echt ein bisschen übel hier. Und dann, also ich meine... Und dann auch noch hier... Ja gut, die ganzen Monster haben... Ja, ich wollte gerade sagen, die machen das Ganze nicht besser. Achso. Hä? Oakwood Plank, Oakwood Plank... Oakwood Plank, Oakwood Plank... Quatsch, ich brauche ja auch Sticks. Was? Auch ein Hoh. Weiß ja Hoh. Time to Farm. Wunderbar. Achso. 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 Pflanzen, ey. Ätzend, ey. Warum spawnt denn jetzt hier keiner? Also, kein Enderman. Da ist einer! Oh, zwei sogar, sehr schön. Alles im Griff? Ich hab die Akro von den Zweien. Momentan zwar alles gut. Das baut alle nicht. Ich hör. Ja, die hört wahrscheinlich nicht nur ein. Okay, ich bin halbtot. Keine Ahnung, wo er gerade ist. Mal was futtern. Müsst hier unten drunter sein, glaube ich. Habe ich nicht noch Karottensaft? Och nein, er ist auf dem Baum, glaube ich. Und der andere? Da war da noch einer. Hallo, Endermanchen? Aber der kommt doch irgendwann wieder runter, oder? Ja, irgendwann. Ja, ich kümmere mich weiter um die Ender-Lidys. Ich hab ja irgendwie die Hoffnung, dass da... Da oben ist auch ein Krieger ausgebaut. Hm. Hab ich auch gesehen. Wo ist meine Gießen? Aber wo ist denn jetzt der zweite Enderman hin? Da waren gerade zwei. An der Nacht werden die wohl gar nicht wachsen, oder? Das kann natürlich auch sein. Ender-Lily-Seeds. Grow. Null. 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 Das war nicht eine Folge dauert hier, das Gießen. Oh, verdammt. Meine Rüstung ist fast futsch. Sehe ich gerade. Oh, Holzrüstung geht schnell kaputt, ja. Aber haben wir jetzt ja unendlich von, von der Holzrüstung. Ja. Ich hol mir mal einen Bogen. Vielleicht krieg ich ihn da oben abgeschossen. Und ich gieße den ganzen Tag, weil ich Gießen so gerne mag. Ich seh ihn aber auch noch niemals mehr. Was? Doch, da ist er doch. Na komm, wir hauen mal ein bisschen Action hier. Ich bin ja auf Level 2 jetzt. Ich hör einen. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wo ist er? Weg. Du hast doch gerade gesagt, er ist ja weg. Ja, er war auch hier. Und ich hab ihn extra nicht angesehen. Aber dann ist er auf einmal weg. Ich hab ihn nicht in die Augen gesehen. Hm. Die Endermann hat er gekült. Weil wenn man ihn ja beim, äh, wenn man, wenn man ihn auf, auf seine Füße achtet, nur auf die Füße, so im oberen Bildschirmbereich dann die Füße hat, und er auf ihn zukommt, dann kann er sich, dann teleportiert er sich nicht weg. Hm. Hm. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen, aber es war nur ein Vacuum-Hopper. Ja, blöd, dass die die gleichen Partikel haben. Hm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Popen ist. Ende, Ende, Lili. Ende, Ende, Lili. Ah, nein. Äh, läuft aber echt richtig was mob-technisch, ey. Ja. Ein Königreich für eine Granate. Ja. Aber mehr als wir können echt mal, wir können echt eigentlich einfach ein, äh, hier ein, ach schon, autonomes Activator dahin stellen. Mit dem Schwer, den der Hand? Ach. Wenn man den C da hinstellt, dass wir als Stone-Leitung da ran setzen und einfach einen Schalter ran, und dann haben wir, können wir die Mops in die Luft, ja. Oder wir geben dem autonomes Activator einfach ein Schwert in die Hand. Bei dir ist ein, äh, ein Zombie. Ja, ich seh's grad. Der haut mich auch zu brei. Arsch. Ach, hast du ein Schwert jetzt? Ja, toll, er ist auf dem Feld gefallen. Oh. Zombie mit Rüstung. Oh, blöd, blöd. Sau. Ähm, wo ist jetzt die Ender-Lily da? Hm. Irgendwie ist vorn hier verdammt weniger von diesen Endermännern. Die Ender-Lilys wollen auch nicht wachsen. Und es wird hell. Achtung, Zombie bei dir. Mann. Löder Zombie. Tja. Sagen die Nacht ist rum, hm? Würde ich auch mal behaupten. Schade. Na gut. Was haben wir denn noch für eine Möglichkeit? Um an Ender-Perlen zu kommen? Ja. Keine Ahnung. Eigentlich nur Ender-Kloppen, oder? Nein, ich wüsste jetzt nur Ender-Kloppen. Ich geh mal in unsere Mob-Farm. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Gleiche Situation wie letztes Mal, als ich an der Tür war. Warum machst du die denn auch auf? Weil ich... Hoch springen, dann drauf hauen. Ich dachte gerade, ich sterbe schon wieder an einem Lag. Machst du vielleicht mal die Tür zu? Okay. Ja, auf jeden Fall, weil es laggt irgendwie. Oh Mann. Ich würde echt mal gerne wissen, wo dieser verfluchte Enderman, beziehungsweise die zwei hin sind. Da waren ja zwei. Da ist ein Krieger auf dem Baum. Und ein Zombie ist auch im Baum. Den sehe ich so. Weißt du was? Ich baue da hinten weiter. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht diese Mob-Farm hier... Hui, ich kann fliegen. Der hat mich über den Zaun gefeuert. Das ist ja cool. Oh, heftig. Ich war gerade am überlegen, ob wir vielleicht diese Farm hier überdachen sollen, dass es immer dunkel ist. Aber ich weiß nicht, ob dann Endermaner spawnen. Normale Mobs ja, aber ich glaube Endermaner eher nicht. Ich glaube, das recherchiere ich mal zum nächsten Mal. Das ist eine interessante Frage. Ich clean mal den Mobs-Spawner. Hoffentlich. Da sind aber einige Creeper drin. Bam! Okay, jetzt schon mal zwei weniger. Sei vorsichtig. Na ja. Vorsichtig. Sei vor allen Dingen vorsichtig. Bam! Bam, 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 didam. Bam, bam! Alter, das hier wird ultra die... 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 Fincher-Folge. Hehehe. Hey, ich hab... Der folgt mir nicht. Oder ist er jetzt runtergesprochen? Ne. ähm, was wollte ich jetzt? Erde uiuiui, ich hab durch das ganze Mätzle hier glaub ich jetzt 4 Leben oder so bekommen äh, nicht Leben, XP äh, 4 Level ich kann nichts mehr aufsammeln warum nicht? ah, ok, kein Platz im Inventar dann ess ich doch mal ne Karotte oh, keine Blätter mehr, ich muss wieder auf Sheerleaves um 4 hm tja, das mit dem Endermännern Farben hat ja nicht so gut geklappt mh, nein ok, Learning to Skyblock dauert wohl doch noch etwas länger aber egal der Plan steht und da werden wir uns dran halten ja müssen wir uns halt jetzt jede Folge vorbereiten ja gibt schlimmer was ja so hm, ich wollte hier noch Erde sieben, damit ich Gras-Samen bekomme da muss es rein so bitte was bitte zwei zwei Erde müssen rein also zwei Stacks Erde so, dann kann ich jetzt glaube ich auch die Kiste voll mit Blättern laufen lassen du willst dich voll laufen lassen? ja, aus Depressionen ok ok, sag da einfach ok naja jeder das was er gut kann na die Enderlilis sind witzig ja, ich hab auch keine Ahnung was die bringen müssen wir echt mal recherchieren aber wir haben eh schon 22 Minuten also könnten wir eigentlich jetzt so bald die Folge beenden die Up-Mod machen ja, ok machen wir die Up-Mod ja, dann müssen wir jetzt sofort oder darf ich noch ein bisschen gießen? ja, wir haben noch 45 Sekunden 45 Sekunden dann gieße ich noch 10 Sekunden ja, 40 Sekunden ja aber irgendwie tut sich hier ja gar nix Growth 0 oder muss man da irgendwas anderes machen, um die zu gießen? keine Ahnung wahrscheinlich vielleicht muss da ja auch Ender Bucket in der Mitte sein irgendwie keine Ahnung kann ja sein who knows oder 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 ne ja, Myselium nicht aber es gibt doch noch es gibt doch noch was anderes, oder? ja klar es gibt noch mehrere Flüssigkeiten nur welche wir brauchen oh 5 Sekunden toll ok vielen Dank fürs Zuschauen tschüss tschau tschüss